AwesomenessTV! Abonniert mich. Wer liebt Serien nicht und vor allem ihre Stars? Einige der weiblichen Serienstars haben richtig coole Instagram-Profile. Und welche das sind, zeigen wir euch heute. Und wenn ihr nichts mehr von AwesomenessTV verpassen wollt, dann abonniert hier. Im wahren Leben heißt sie Martina Stössl, auf Instagram Tinita Stössl. Und sie ist diejenige, die Violetta in der gleichnamigen Telenovela spielt. Die 19-Jährige kommt aus Argentinien und ihr Papa Alejandro ist Produzent und Regisseur. Was ihr den Einstieg ins Filmgeschäft enorm erleichterte. Mhm, Produzent und Regisseur, merkst du was? Dass Martina in der Serie Violetta nicht nur schauspielern muss, sondern auch singen, macht aus ihr ein absolutes Multitalent. Aber hören wir doch einfach mal selbst rein. Schon als Kind hat sich Martina mit den Klamotten der Mutter verkleidet, vor dem Spiegel singen und tanzen geübt und davon geträumt, eine große Schauspielerin zu sein. Wir sind gespannt, was alles noch kommt und werden sie definitiv auf ihrem Insta-Profil weiter verfolgen. Wenn ihr Violetta mögt, dann werdet ihr die nächste Serie lieben und bestimmt auch ihre Hauptdarstellerin. Es geht um Caro Sevilla, die in der argentinischen Disney-Serie Soy Luna die Luna Valente aka Sol Benson spielt. Die Serie gibt es erst seit März und die Hauptdarstellerin hat jetzt schon 2,1 Millionen Follower auf Instagram. Und dabei ist Carol erst süße 17 Jahre alt. Respekt! Das Besondere, sie ist nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern seit sieben Monaten auch YouTuberin. Hier präsentiert sie stolz ihren silbernen Award für die ersten 100.000 Abonnenten. Mittlerweile hat sie schon über eine Million Subscriber und wir sagen dazu herzlichen Glückwunsch Carol. Die nächste Seriendarstellerin, die wir vorstellen, ist eine der Hauptdarstellerinnen aus Pretty Little Liars. Es geht um die talentierte Lucy Hale, die in der Serie die Aria Montgomery spielt. Aber nicht nur Schauspielern kann sie, nein, sie ist auch noch als Country-Sängerin bekannt und hat schon mittlerweile drei Alben veröffentlicht. Aktuell ist die 27-Jährige mit dem Musiker Anthony Calabrata zusammen, aber nichts kommt an ihre beste Freundin Anni Breiter heran. Die beiden waren schon lange vor Lucys Durchbruch befreundet. Regelmäßig postet sie Fotos mit ihr und zeigt, wie sehr sie ihre beste Freundin liebt. Lucy hat außerdem seit fünf Monaten einen kleinen Hund namens Elvis the King. Natürlich ist er auch oft auf ihrem Insta-Profil zu sehen. Wer nicht genug von dem kleinen Süßen bekommt, der hat jetzt auch einen eigenen Instagram-Account namens Elvis the King Hale. Awww süß! Wir finden, Lucy wirkt total bodenständig und genau deswegen lohnt es sich der hübschen Pretty Little Liars-Darstellerin zu folgen. Es geht weiter mit einer anderen Hauptdarstellung aus Pretty Little Liars. Wir konnten uns einfach nicht entscheiden und deswegen haben wir einfach beide mit reingepackt. Die Rede ist von Ashley Benson, bekannt als Hannah Merrin aus der Sendung Pretty Little Liars. Die 26-Jährige postet fleißig aus ihrem Alltag, meist sogar mehrmals am Tag. Dabei bekommt ihr mit, wenn sie gerade am Set von Pretty Little Liars mit ihren Kollegen dreht, Vollgas gibt auf Partys, sich beim Essen fotografiert oder einfach nur sexy für die Kamera posiert. Lucy Hale und sie kannten sich übrigens schon Jahre vor Pretty Little Liars. Die beiden hatten aber vor zwei Jahren einen ziemlich heftigen Streit und hier in der Infocard erfahrt ihr warum. Ihr absoluter Bestie im PLL Squad ist übrigens Shay Mitchell, die die Emily spielt. Die beiden haben sogar einen eigenen Hashtag namens Butterbenzo, unter dem sie witzige und echt heiße Instagram-Fotos posten. Ashleys Vorbild ist übrigens Kate Moss. In regelmäßigen Abständen lädt sie Fotos von ihr hoch, um ihren Fans zu zeigen, wie sehr sie sie verehrt. Übrigens ist sie gar keine echte Blondine, sondern eigentlich richtig brünett. Hättet ihr sie erkannt? Naja egal ob blond oder braunhaarig, wir finden Ashle toll und deswegen lohnt es sich ihr zu folgen. Der nächste Serienstar hat uns in Vampire Diaries schon oft zum Bibbern gebracht. Entweder als süße Elena oder als hinterhältige Catherine. Es geht um niemand geringeren als Nina Dobrev. Mittlerweile ist die hübsche 27-Jährige eine Stil-Ikone und auf Instagram postet sie mit Vorliebe emotionale Fotos aus ihrem Leben. Glamouröse Fotos gibt es eher selten. Nina setzt auf Natürlichkeit, wie hier beim Kitesurfen oder mit anderen Freunden, wie zum Beispiel Serienstar Jessica Soar. Na, wer kennt die Gute noch? Schreibt's in die Kommentare. XOXO... Die 9,8 Millionen Follower auf Instagram geben unserer Meinung recht. Nina ist einfach total sympathisch. Haben wir jemanden vergessen und wollt ihr einen zweiten Teil? Dann schreibt's unten in die Kommentare. Lasst ein Like für das Video da, schaut auf meinem Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!